Sooo... Dann wollen wir jetzt noch raus, hier wieder hier. Sprich mit Sergeant Ellara Dorn. Also müssen wir wieder zurück, vermute ich mal. Zur Base. Eh, ja. Das müssen wir. Scotty Energie. Sooo... Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben Post. Danke. Von General Gaza. Oh, warte mal, hier sind wir falsch. Aufsateln. Geht schneller. Da ist ja Ellara. Da ist ja Ellara. Gute Arbeit mit Torus, Lieutenant. Kriegsverbrecher verdienen nicht die Möglichkeit eines Handelns. Spezialisten haben die Daten untersucht, die ihr aus dem imperialen Labor geholt habt. Torus' Bericht ist bestätigt. Tupfer hat einen Stamm der Rakuhl-Krankheit als Waffe erschaffen und sein Werk fast vollendet. In den Daten werden Tupfers Freunde in den Ruinen des Transportsystems allerdings nicht erwähnt. Habt ihr eine Idee, wer diese Freunde sein könnten? Laut unseren Informationen gibt es keine Population in den Ruinen des Transportsystems. Aber die Scans des Gebiets waren bisher bestenfalls oberflächlich. Es wimmelt dort von Rakuhlen, was einen Fußeinsatz erschwert. Es wurde jedoch eine begehbare Route entdeckt. Und die müssen wir in Sicherheit jetzt nehmen. Ich werde das Gebiet selbst auskundschaften. Jegliche geografische Information, die ihr sammeln könnt, wäre äußerst wertvoll, Lieutenant. Die zerstörte Transportstation ist unsere einzige Spur zu Tupfers Aufenthaltsort. Ich würde euch raten, genug Vorräte und Munition mitzunehmen. Viel Glück. Ja, Dankeschön. So, was müsste besser? Das ist schlechter? Echt? Aha, okay. Ja gut, dann halt dich. So, warte mal hier. Wo müssen wir denn jetzt hin? Dort hinein. Bedeutet, von da aus können wir dort einfach reinlaufen. Dann machen wir das mal eben. Das geht ja ein bisschen schneller. So, und ich will noch ein bisschen was verkaufen eben schnell. Und reparieren. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. So, weg damit. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. So, das machen wir. So, das ist einfach nur hier. Hä? Ja, ne. Ist einfach nur da rein. Na, toll. Das ist ne Wand. Ich vermute mal... Ne, da geht's auch nicht. Da geht's nicht. Also irgendwie... Da lang. Hier. Ich glaube, hier muss auch irgendwo auch ein Wissensobjekt sein. Jetzt nehmen wir den Tresor mit hier. So, und hier muss doch das Wissensobjekt. Wie siehst du? Wusst ich's doch. Aha. Danke. Und jetzt müssen wir in diese Tunnels rein. Kommen wir mal durch? Nö. Kannst nur zueiern. Ja, nutzt nichts. Müssen wir wohl. So. In die Rakultunnel müssen wir jetzt rein. Normalerweise stehen hier vorne schon Rakule, aber... Ja gut. Das war's dann. So, die sind schon mal weg. So, die sind schon mal weg. Das geht im Moment ja. Den Bonus kriegen wir nicht durch die Viecher. Also... Warte, warte, warte. Wo müssen wir jetzt genau hin? Komplett durch die Tunnel durch. Seht ihr das? Komplett einmal durch hier. Bis dorthin. Alles klar. Weißt du Bescheid? Warte mal. Wir machen jetzt mal Trick 17. Arek, greif mal an. Komplett. Da ist Ante. Du Basterds schon. Genau damit habe ich gerechnet. Dass die alle zwischen springen. Oh. Sehr schön. Hehehe. Also der Trick gefällt mir sehr gut. Arek. Mach mal eben. Da. Genau so. Stimmen wir alle zu Arek. Das gefällt mir. Ja. Da gehts. Das machst du sehr gut Arek. Warte mal. Da kommen wir so vorbei an die Jungs. Oh. Warte. 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 So. Mach mal eben wieder. Gleich ist vorbei. Ja. Gleich ist vorbei. Gleich ist vorbei. Ist der da hinten noch? Gott. Was ist da? Arek pack mal ein. Hm. Warte mal mit die Tafel. So. Wir müssen weiter hier. Wir gehen einfach jetzt hier weiter. Okay. Ach. Das sind keine Rakule. Ach. Das sind wirklich doof. Das waren ja gar keine Rakuleers gewesen. Okay. Die waren nur infiziert die Jungs. Okay. Warte mal. Nee. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Ah. Das sind zwei oder was? Ach. Das sind nur zwei. Okay. Ich bin schon sehr gut. Okay. Ich bin schon sehr gut. Wie das ist? Das hat mir wieder Das hat mir wieder So, und die kommt auch nicht vorbei. Keine Chance. Arek, auf Worte seines Amtes. Locken die Viecher alle her. Sehr schön. So langsam müssen wir durch sein. Ich höre es doch schon wieder hier, die Rackhule. Wir müssen in die Richtung. Ja, so schnell hört das hier nicht auf mit den Rackhulen. Oh, pack mal einen hier, Arek. So. Wir müssen wohl geradeaus. Aber, hier gibt es ein Datakron. Und das zeige ich euch mal ganz kurz eben. Weil nicht auf dem Weg sozusagen. Ups. Ach, was macht ihr denn da? Imperiale. So, also wir haben hier ein Datakron. Das zeige ich euch mal ganz kurz eben. Die liegt ja eigentlich direkt auf dem Weg. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-zack. Da ist es schon. Ein Datakron der Stärke. Da ich ja Meister bin, habe ich da keinen Zugriff mehr drauf. Weil man kann auch hier weiter irgendwo, nicht? Ja, passt. Also wenn es einen Bonus gibt, dann nur hier dann jetzt einen Bonus. Gucken wir mal. Tatsächlich, 3 von 25. 3 von 25 bedeutet, die Anlage müsste sehr groß sein. Geht eigentlich. So groß ist es eigentlich nicht. Dann müssen wir hier so ziemlich alles wieder mit dem, was uns hier um den Weg kommt. Sozusagen. Jetzt müssen wir die Jungs direkt. Ups. Da steht noch einer. Stand. Okay. Bin ich nicht mehr mit hier? Ha. so Hi 10,25 Bis jetzt haben wir alles mitgenommen, was hier rumstand So, erstmal hier hin zu den Jungs Hi, ist nicht persönlich gemeint Auf die Beine und in die Schlacht Ich muss mit euch reden, allein Oh, Arik möchte mit mir reden, allein Also ein Charmeur ist es nicht gerade unbedingt 16 von 25 Wir müssen da hin Wahrscheinlich dort müssen wir, wohin seht ihr das? Da irgendwo? Vermute ich mal, aber Was haben wir denn hier unten noch? Bin neugierig Ein paar Truppen haben wir hier Hi Wir wollen ja auch 25 kommen, nicht? Dann müssen wir noch ein bisschen was machen hier 19 von 25 Ja, so langsam Sehr schön Aber es reicht noch nicht So, wir haben jetzt 23 von 25 Und wir müssen in die Richtung Ich denke mal Wir können die jetzt aber hier so weghauen Jetzt die Jungs So, den Bonus haben wir jetzt schon mal Bam Und auch noch ein Level Up Genial So Warte mal Wo müssen wir jetzt hier? Hä? Äh Suche nach Topfer Wo ist er denn? Warte, hier ist er Ist er da vielleicht? Topfer Uhu Suche nach Topfer Ist er vielleicht in dieser Richtung irgendwo? Wo muss er ja sein? Basiskommandant Wo ist Topfer? Hier oben wahrscheinlich Hi Jungs Da ist Topfer Sag ich doch Geh wir das kaputt machen? Nö, schade Also beglückwünsche ich euch Fenrich Sarven Zu eurem edlen Opfer Aber Sir Ich Warte Nein Sir Nein Ich Hervorragend Ich werde noch mehr Rock-Ghule für meine Arbeit brauchen, Vorzut Wir haben euch bereits die Rock-Ghule geliefert, die ihr wolltet Wann werdet ihr tun, was wir wollen? Sobald die Waffe fertig ist Damit werden wir den republikanischen Außenposten dezimieren Ich rieche einen Augendremmling Das tut er Sergeant Seid ihr es wirklich? Ich bin aufgestiegen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben Das sehe ich Ihr habt also genug Feinde der Republik abgeschlachtet, um belohnt zu werden Gut gemacht Wie ich sehe, seid ihr nicht allein Ihr habt diesen erbärmlichen Wurm von Ortmann-Tel mitgebracht Damit er mit euch stirbt Redet so viel ihr wollt, Dorant Ihr kommt hier nicht lebend raus Ihr kommt gerade recht Ich habe haufenweise Krankheitserreger, aber keine Testobjekte mehr Die Transformation wird zunächst schmerzhaft sein Aber das sind nur eure Organe, die reißen und neu angeordnet werden Es geht schnell vorbei, das versichere ich euch Nett, dass ihr es mir anbietet, aber ich passe lieber Kämpft ruhig dagegen an Aber ihr würdet euch wünschen, es euch selbst nicht so schwer gemacht zu haben Worsot, bitte helft mir, unser neuestes Testobjekt zu fixieren Oh, mit Freude Ich werde jeden Augenblick meines Sieges genießen Aufsehen Hi Auf die Beine und in die Schlacht Oh, mit Lillen ist sehr schön So, das war's jetzt mit Tupfer Sieht nach mehr Proben von Tupfers Rackgul-Krankheitswaffe aus Was sollen wir damit anstellen? Wir müssen sicherstellen, dass niemand dieses Zeug jemals wieder benutzt Ich glaube, Gaza hätte gern eine Probe für die Forschungsabteilung Wollt ihr sie wirklich zerstören? Es gefällt mir nicht, aber wir sollten die Proben wohl mitnehmen Seid nur vorsichtig damit Ich würde sagen, wir verschwinden von hier Ich folge euch Alles klar So, kehre zu Sgt. Dorn zurück Das machen wir jetzt Also wieder hier zu Olaris Zack Okay Vielen Dank.